Das ist unser erstes Sommer Basic Camp in Sulzbach, das ist die Sporthalle vom TSV Sulzbach, mit dem wir das zusammen veranstalten und wir haben 83 Kinder. In der Altersspanne von 8 bis 16 Jahren machen sie unterschiedliche Sachen wie Defense, Offense, Koordinationen. Jeder Trainer hat seine Spezialität, die er immer macht und die Gruppen sind in Rotation. Man muss unheimlich viel Energie mitbringen, es ist halt unheimlich intensiv. Wenn man jetzt zum Beispiel gerade gesehen hat, wie wir Korbleger üben haben, da kann wirklich auf Kleinigkeiten geachtet werden. Es gibt verschiedene Punkte. Erstens natürlich basketballerisch ist das für die Kinder sicherlich eine große Bereicherung, was die dann auch mit in den eigenen Heimatvereinen nehmen können, was die hier lernen von den verschiedenen Coaches. Dann ist natürlich die andere Sache, dass die Kinder miteinander spielen und dass sie eine gewisse Teamfähigkeit auch entwickeln. Drei, zwei, eins und los! Drei, zwei, eins und los! Drei, zwei, eins und los!